Wie wir sprechen, bestimmt zu einem grossen Teil unsere Zugehörigkeit. Die verschiedenen Sprachen, die wir sprechen, oder Akzente, Dialekte, werden immer wieder oder vielleicht auch immer öfters zu Erkennungsmerkmalen hochstilisiert. Und das lässt sich sehr schön im Humor erkennen oder auch abbilden. Für diese Ausstellung, Sprachenland Schweiz, haben wir daher ein kleines Experiment gewagt mit verschiedenen bekannten KomikerInnen oder Persönlichkeiten. An diesen vier Stammtischen begegnet man jeweils verschiedenen fiktiven Personen aus einer Sprachregion der Schweiz und wird dabei in witzige Dialoge oder Gespräche mit hineinverwickelt, wo die verschiedenen Stereotype aufs Korn genommen werden. Allegra, ich heiße Florin. Ich bin Gerald. Und ich bin Julia. Und du bist Florian? Nein, nicht Florian. Florin. Je nach eingestellter Sprachversion des Audioguides, also Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch oder Englisch, antworten einen dieser fiktiven Personen in ihrer Muttersprache oder eben in einer für sie fremden Sprache. Wer weiss, vielleicht erkennen sie auch die eine oder andere Person. Planen Sie einen Zwischenhalt im Landesmuseum Zürich. Dort erleben Sie jetzt eine sinnliche Rundreise durch die Ausstellung Sprachenland Schweiz.